Herzlich willkommen zu Türchen Nummer 4. Heute habe ich für dich die Herrscherin aus dem Tarot gezogen und da geht es um die Fülle, da geht es darum, ja, um das große Ganze, es geht darum, aus den Vollen zu schöpfen und es geht aber auch darum, wenn du im Moment noch das Gefühl hast, boah, so gut geht es mir gerade aktuell nicht, mir fehlt da noch etwas, ich bin noch nicht mit mir zufrieden, bin noch nicht mit meinem Umfeld zufrieden, dann geht es darum, dir mal anzuschauen, wo kannst du für dich heilende Aspekte finden, was würde dir helfen, für dich wieder klar zu werden, für dich neue Kraft zu schöpfen. Es geht also darum, dich auch um den physischen Körper zu kümmern, das kann ein Bad sein, das kann ein tolles Essen sein, das können verschiedene Aspekte sein, die dir zeigen, ja, es geht mir gut, ich bin versorgt, ich werde ernährt, so die Grundbedürfnisse auch, weil, wenn du dich gut um deinen physischen Körper kümmerst, dann fühlt sich natürlich auch deine Seele wohl und das hat einen ganz, ganz engen Zusammenhang. Das heißt, heute geht es darum, dir das Gefühl der Fülle zu geben, dir das Gefühl zu geben, du bist stabil, du bist versorgt, du wirst umsorgt und wenn du jetzt sagst, ja, aber ich habe ja gar keinen aktuell, der mich umsorgt, dann umsorge dich selbst, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, die Selbstliebe, die Selbstfürsorge, für dich selbst zu sorgen, dass es dir gut geht. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, tschüss.